Was ist die Firma Welle? Die Firma Welle, das Arbeitsklima ist super und die Maschinen, das macht auch richtig Spaß, an denen zu arbeiten und es ist halt eben, was man halt alles mit machen kann, die Genauigkeit und alles und die Lehrwerkstatt, unsere Lehrwerkstatt, die haben ja auch neu eingerichtet und alles und die neuen Maschinen, das macht dann auch richtig Spaß.